Wollfach und seine Menschen liegen mir am Herzen. In Wollfach bin ich aufgewachsen und hier lebe ich mit meiner Familie. Seit 2009 bin ich Mitglied des Gemeinderats. Wir leben in einer wunderschönen Umgebung. Zukunft gemeinsam gestalten. Dieser Slogan fasst für mich die wichtigsten Themen zusammen. Zukunft passiert nicht einfach. Man muss sie aktiv und mit Mut gestalten. Wollfach muss in Zukunft attraktive Angebote für Jung und Alt bieten. Digitalisierung, ökologisches Handeln, bezahlbarer Wohnraum, intakte Bildungslandschaft, attraktive gastronomische Einkaufs-, Freizeit- und Arbeitsangebote stellen uns vor große Aufgaben. Diese Aufgaben sollten wir als Chance sehen, die Attraktivität unserer Heimatstadt zu erhalten und stetig weiterzuentwickeln. Das Wir ist mir besonders wichtig. Damit sind wir alle gemeint. Alle Bürgerinnen und Bürger. Vereine, Betriebe, Kirchen, Ehrenamtliche und nicht zuletzt der Bürgermeister und die Verwaltung. Wir müssen Ideen austauschen und offen miteinander diskutieren und kommunizieren. Nur so kann das riesige Potenzial des bürgerlichen Engagements ausgeschöpft werden. Gemeinsam gelingt alles besser. Zusammen sind wir stark. Das gilt auch für die Weiterentwicklung unserer Gemeinde. Aktives Gestalten ist das Wichtigste in der Gemeindepolitik. Mit mutigen und nachhaltigen Ideen wird es uns gelingen, Wollfach fit für die Zukunft zu machen. Dabei ist es mir ein besonderes Anliegen, Beteiligungsmöglichkeiten für die Menschen zu schaffen, um Themen im Vorfeld zu diskutieren und so Entscheidungen gut vorzubereiten. Mein Ziel ist es, gemeinsame Begeisterung, Freude und Identifikation mit der Stadt zu schaffen. Ich lade Sie ein, Zukunft gemeinsam zu gestalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020